Ahoi ihr Landratten Scheiß rum im Hals noch irgendwie Hab ich noch durch die Nase gezogen, ist mein Hals gelaufen Voll ekelhaft jedenfalls Hallo und herzlich willkommen zurück bei Styranded in D Ja, wir sind sehr tief gestrandet Ähm, und haben Stickys gesammelt Wie auf zwei Reisen, haben aber nur eine gebraucht Ich hoffe, das wird die Gemüter besänftigen Die da Sehr aufgebracht waren, weil wir es wagten Zu bauen und Dafür natürlich auch Rohmaterialien benötigen Und so weiter, wie das eben ist bei so Crafting Games, von nischt Kommt nischt Rafft's endlich, von nix kommt nix Macht mir was aus eurem Leben hier Scheiße ey Und jedenfalls, ich wollte ganz kurz Mal schauen, ähm Geht denn das jetzt, was ich machen wollte, weil hier Ist ja jetzt nur einstöckig, ne Und deswegen Habe ich mir gedacht Ich würde das gerne mal ausprobieren, also wir haben ja die Mod immer noch installiert Und ich würde jetzt gerne mal ganz kurz Gucken, was passiert, jetzt kann ich eine Foundation Bauen So, und die soll ich jetzt wohl auch Ja, ach, sieh mal eine an Jetzt kann ich nämlich zweistöckig bauen Es gab, genau, das wollte ich nämlich noch in der letzten Folge sagen Es gab da Menschen in den Kommentaren Die sagten, ja, ist doch kein Problem Man kann nur zweistöckig bauen Das ist, äh, nicht das ist, geht alles Ähm, aber das geht natürlich nur So, sieht scheiße aus, ehrlich gesagt Muss ich mal zugeben Weil die Foundation unten diese Dinger dran hat Wenn sie die nicht dran hätte, wärs irgendwie cooler Was will denn der Hai Wo ist denn der? Ich haue den mal aufs Maul Ich boxe den tot Er hat schon Angst gekriegt Hat er gehört gerade Ähm, jedenfalls Ich find's, äh, es sieht nicht so geil aus Weil, ganz ehrlich, die Foundation unten sollte unten keine Dinger haben Das müsste über die Supports laufen Dass man dann zweistöckig baut Weil dann kannst du unten so ein großes Wohnzimmer machen Wie wir vorhatten Ich weiß nicht, ob man beides kombinieren kann Das weiß ich nicht So, ich mach auf jeden Fall erstmal ganz normal fertig Ne, ich mach hier erstmal Ruff Ruff wollten wir erstmal machen Wir machen dann eben erstmal nicht zweistöckig Vielleicht später irgendwann Aber ich find, das sieht momentan noch ein bisschen lausig aus Ich weiß gar nicht So recht, ob ich das toll finde Von außen seh's gut aus Von innen dann aber eher Pfui Und das mag ich dann nicht So, ruf Ruf mal wieder an Lalalalala Huch So, ruf Dann auch hier wieder Wir müssen grad ruf farmen Im wahrsten Sinne des Wortes Habe ich den Witz schon gebracht mit ruf farmen? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht Hab ich bei WoW so lange gemacht Ruf Farming Für den Titel? Hab ich vergessen, da wo man Nein, jetzt hab ich ne Foundation gebaut Weil ich doof bin Weißt du was, wir bauen hier jetzt mal drei Foundations hin Wir haben hier ja so viele Dinger und so viele Hä, warum können wir denn keine Ruf mehr bauen? Willst du mich, are you verarsching me? Like crazy? Hä, ich kann nur nur Wahrscheinlich weil wir ja nicht nah genug sind, oder? Ne, hä, hä? Schnauzehai Geh weg, ich hab nen Hammer Guck doch, guck doch Warte, ich benutz den Ich benutz den Ich benutz den Ja, der haut ab Ist ja klar Feiges Stück Scheiße, ey Hm? Ah, jetzt wieder große Fret Ich benutz den Hammer Ich benutz den Hammer Der haut der wieder ab Immer das gleiche Scheißhai Okay, so Hm Ich mein, wir könnten theoretisch natürlich oben im Geschoss rein Aber da müssten wir jetzt wieder Und lalala Ach, Hardwood ist auch noch da Sehr gut Mysterious Package hab ich inzwischen schon gelernt Kriegt man gar nicht auf Schade, aber machste nix Wieso geh ich jetzt eigentlich immer aus? Kann ich keine Wall mehr bauen? Ich wollte doch Wallriden Ha 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 Ne, ernsthaft Wieso kann ich denn keine Wall mehr bauen? Wieso geht das nicht? Oh Das war total professionell Ähm So Lalalalalala Lalalalalala Für ne Wall Ach, wir brauchen ja noch Frons Ach, und für die Roof brauchen wir auch noch Frons Äh, die Frons haben wir ja Quatsch, sind ja die Frons Ich dachte grad, ich dachte grad in die Lashes Verdammt Ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken So, Frondi Frondi Das ist Fron Two for Two Kennt vielleicht der ein oder andere noch Jetzt geht's, na also Und wie es jetzt geht Jetzt baue ich mal hier Wall E baue ich mal ein Und zwar hier, wo es noch fehlt Damit ich nicht dauernd da reingehe Hallo, damit ich nicht Hallo So, dann haben wir es da auch abgesichert Freue ich mich sehr Und wir können dann eigentlich immer durch diese Tür hier geh Durch die Durch die Hallo? Wieso geht denn Hab ich mich jetzt ausgesperrt? Hä? Äh Sag mal Options Input Use Maus Null Maus Null Maus Null Maus Null Wäre links eigentlich, ne? Input Use Maus Left Drag Maus Right Rotate Lass ich mal bei Maus 2 Hä? Wie? Was hat der denn da jetzt gemacht? Geht trotzdem nicht Hä? Achso, Apply wäre noch ganz schön Hm? Hm? Die Tür geht Was? Wie ist das? Okay Ähm E ist belegt mit Pick Up Use Maus Left Apply Dras Ja Ja Okay Wir können ja immer noch außenrum gehen Ist jetzt nicht schön Aber Was willst du denn machen? Achso, vielleicht soll ich ja Den Hammer aktiv… Hallo? Hä? Was kann ich das? Hä? Was? Was ist denn los? Was? 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 Was macht der denn? Hallo? Hallo? Länger gedrückt halten? Geht er... Was? Mach das nicht! Wieso fliegt das... Hä? Kann ich Sachen noch ziehen? Ne, ne? Geht auch nicht mehr Ich hab keine Ahnung. Default, ja So Komisch Das war ja strange So Jetzt hier rein Jetzt ist zum Glück kein Umweg Aber hey, was tut man nicht alles für eine schöne Butze am Strand Kann ich denn jetzt auch wieder... Nein, die Tür funktionieren... die Türen funktionieren nicht mehr Ich hab keine Ahnung was los ist Ich glaube, das liegt bestimmt an der Mod Ich weiß aber nicht warum So, Ruff Ruffofen-Pott Rinn in ne Bude So, das sieht ja schon mal ganz ordentlich aus Da vorne wird's auch ganz hübsch Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht Kann man das überlappen, wahrscheinlich nicht Wie spät ist es, also es ist bald Hungeruhr Und hier haben wir jetzt nur noch zwei Ah, ne wir haben doch nicht nur zwei Stickies Die liegen nur da... Ein bisschen außen vor So, dann können wir glaube ich nochmal Ruff machen, ne? Ruff So, hops So, na komm So, und weil wir mal dabei sind Ah, der muss die Axt nochmal holen Ähm... Können wir noch ne Ruff bauen? Ja, ne Ruff geht noch, super Dann machen wir hier mal direkt mal weiter Na, einmal hier rumlaufen So, hier Palmfront, ne? Hier, schön Wetter Und dann haben wir... Ach, da haben wir ja auch noch... Ach, Mann, ich dachte wir sind fast durch Ein paar brauchen wir leider noch, dann haben wir die Bude schon mal fertig Ähm... Und hier wollte ich ja auch noch was machen, weiß ich gar nicht Hm... Wollte ich hier eventuell noch einen nach vorne gehen Damit's irgendwie... Diversifiziert aussieht So, ich pack die Dinger jetzt mal hier hinten hin, damit die nicht so stören Hab die mal dagegen gelehnt, einfach Und aufgestapelt, ne? Hier praktischerweise So... Jetzt noch folgendes Wenn wir schon mal dabei sind Wir haben glaube ich Fische gesammelt auch Wenn ich mich recht entsinne, wir haben äh äh Ein paar Kartoffeln Haben wir Kartoffeln noch hier? Ein paar Frische? Krabben sollten jetzt eigentlich auch geben Wir könnten jetzt theoretisch auch Krabben sammeln Für unsere... Für unsere Kammer später, aber natürlich nehmen wir nur Mama und Papa Krabbe Damit die Kinder noch schön wachsen können Dann können wir... Wir fressen denen erst die Eltern weg Und später fressen wir den Eltern dann die Kinder auf Wenn die erwachsen geworden sind Wenn die auch Kinder gekriegt haben, damit's noch ein bisschen grausamer ist, weißt du Wenn wir hier gestrandet sind und niemand mehr haben Sollen die auch niemand mehr haben Das ist so unser... unser Credo hier auf der Insel Ist nur fair Auge um Auge, weißt du? Sooo Die können wir später alle schön in den Topf tun Wobei ich sagen muss, dass ich das mit dem Topf noch... oder... Naja mit diesem komischen Lagerfeuer noch sehr unglücklich gelöst finde Ich hätte auch mal ein Lagerfeuer bauen können übrigens Ich Schlemiel Hätte ich auch mal langsam hier auf der Insel machen können Wir haben drüben eins Hier könnten wir auch mal langsam eins vertragen Haben wir sonst keine Krebse hier? Was denn das für ne Schluffi-Insel? Ich zieh weg und baue wo anderes was Großes Da fang ich am besten jetzt die nächsten Folgen an Materialien zu sammeln So die nächsten 10 Folgen Das ist glaube ich fair Ist das ein Schuhabdruck hier? Guck mal das sieht aus wie ein Schuhabdruck oder ein Steak Bin mir nicht sicher So... Okay Kartoffeln haben wir Da hinten haben wir Fische Zu den Fischen können wir auch mal direkt die Dinger hier packen So zack Der kommt da rüber Und wir essen aber natürlich erstmal wie immer Damit wir später Boundys kacken können Habe ich nicht vergessen So Zwei Drei Vier Lecker lecker Mandelbäcker Huch was macht denn die hier? So Und dann nochmal aufschlagen Eins Zwei Drei Vier Ich will gar nicht wissen wie oft ich Eins Zwei Y Zwölf Wie oft ich die letzten Folgen bis 4 gezählt habe Wegen dem Stacking und wegen dem Schlagen immer Ich selber krieg das ja gar nicht mit Wenn ich Wenn ich hier quatsche Hör ich mir selber nicht zu Sonst würde ich ja durchdrehen Verstehste Deswegen Überlasse ich das Anderen Sich diesen Rotz auch noch anzuhören hier So Frage ist Wir Fahren jetzt irgendwo hin Ich wollte grad sagen ich nehme drei Stickys mit Ist vielleicht ne schlechte Idee ohne Stickys Ähm ich würde gern mal zum Beispiel Da Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht Da Da vielleicht waren wir da schon Ich kann gar nicht sagen wo wir schon waren Achso Ah die Lampen funktionieren jetzt nicht Stimmt ja Äh wat So Muss man jetzt manuell einschalten Was übrigens an der Mod liegt Ach die sind jetzt alle eingeschalten Na das ist äh das nenn ich aber eine Praktisch Praktischheit Sondergleichen So Und ich würde sagen ich speicher mal eben Save Do you want to save over your private save? Yes I want Wat ich hier wante ist doch egal Wichtig ist doch was für die Leute gut ist Verstehste? So Oh Ich hoffe das ist jetzt nicht die Insel Unsere Unsere Hausboot Insel Andererseits können wir dann Ein bisschen gezuppelt rüber Rüberkarren Wie den Motor und sowas Und dann können wir ja Wir können ja auch mal Ne Wir können ja auch mal zwischendurch Beim Hausbau Können wir ja auch mal Äh äh Noch mal irgendwie ein paar Insel abklappern Und dann mal rumtauchen Wenn wir denn Orte finden Oder wenn wir noch leere Inseln finden Denn langsam Wirds hier ringsrum So ein bisschen Pfff Da müssen wir mal schauen wo wir noch tauchen gehen können Oder Oder Boote abklappern In dem Fall So Kleiner Hai Linke Spur Noch spielt da kein Piano Noch sind wir vielleicht safe Ich weiß es nicht Ich hocke mich trotzdem hin Weil ich mich so sicherer fühle Und ich trau mich nicht doppelt schnell zu fliegen Weil sonst das Boot dauern wegflitscht Das ist echt doof Okay das ist ein Nachteil in der Mod Aber ansonsten Dafür braucht man nur die Hälfte an Zeit Weil wir doppelt so viel tragen können Ich denke das ist ein fairer Kompromiss Oder? Sag doch mal Hm? Na? Oder? Ist doch ein fairer Kompromiss Sag doch mal jetzt Jetzt komm schon Komm schon sag es Sag es Sag es Sag es So Sag meinen Namen So Jedenfalls Achja und wir können übrigens auch Wenn wir Das hätte ich vielleicht mal ausprobieren können Wenn wir jetzt Wände bauen und sowas Können wir die auch höher bauen Tiefer bauen Und ich glaube auch länger bauen Ich bin noch gar nicht so sicher Ich habe es noch nicht ausprobiert Müssten wir mal austesten So Da ist auf jeden Fall ein Hai Und sehe ich da Palmin auf der Insel Palmin Meine ich natürlich Das ist so ein Bratenfett Sehe ich da Bratenfett auf der Insel Ist das etwa Ich sehe keine Palmen auf der Insel Weil wir hier schon waren Und es ist natürlich unsere Ja natürlich ist es diese Insel Die wir bereits vermutet haben Oder? Da ploppt doch gar kein Boot auf Hä? Die sieht aber aus wie un... Die sieht aber aus wie un... Es müsste die da sein Ähm... Ist das die Insel wo ich jetzt... Ach... Ist ja wieder hier gelandet Naja wir können ja auch Palmenfront sammeln Die brauchen wir ja natürlich auch Was soll's Die sammeln wir auch mal ein Weil die brauchen wir ja auch ganz viel Für Wände und für Dächer Können wir ja trotzdem mitnehmen Ich hoffe da ist mir keiner böse drum Wenn wir die jetzt auch mal einsacken Hier zack Lag da grad in einer Sard... Wieso lag denn da eine Sardine? Hauptsache ich hab die nicht eingepackt Die nimmt mich dann in den Inventarslot weg Wieso liegt da eine Sardine? Haben wir... Hä? Ich kann mich nicht erinnern Auf einer anderen Insel Fischen gewesen zu sein Hallo? Hallo? So Fluppidi-flupp Das nehmen wir alles mit Das... Können wir ja so nebenbei einfach mal mitnehmen Aber... Naja gut Wir rudern dann gleich wieder zurück Weil ich möchte jetzt ungern Wenn wir jetzt noch eine Insel weiter rudern Dann suchen wir wieder den Rückweg So lange Weißt du was ich meine? Das ist so ein bisschen doof Schön wär's natürlich Wenn wir den gleich finden würden Ich wünsch das gäbe eine Mod für Map Oder irgendwie sowas Oder dass man so eine Symbole hat Wie bei Forest Einfach so ein Haus Symbol Und wenn es nur eins ist Dass man markieren kann Dass man einen einzigen Anlaufpunkt Auf der Map markieren kann Das würde mir schon reichen Dann würde man unser aktuelles Unser aktuelles Haus nehmen Und das... Das war's Dass er sich da irgendwie hin navigieren kann Das wär schon ein Träumchen Seufz Ich weiß natürlich Dass ein großer Aspekt des Spiels Darin liegt Dass man eben nicht einfach so wieder nach Hause findet Ach guck mal hier Nice Hätte ich vielleicht lassen sollen oder? Scheiße Die haben uns ja vorhin schon mal den Arsch gerettet Ich glaub wir sind wieder auf genau der gleichen Insel Wo wir im Busch die Kartoffeln geschlagen haben Ja... toll Wie wir hier ziel... Zielführend immer wieder hierher finden Das ist mir... Ist mir ne Rätsel Aber was soll's Draußen wartet schon der Hai Ja natürlich wartet der Hai So das müsste unsere Insel sein Unsere Axt ist fast im Arsch Dann geh ich mal kurz wieder abladen Dann schwimmen wir gleich mal woanders hin Ich will neue Inseln erforschen wenn ich ehrlich bin Ich will nicht mehr auf diesen alten Rotz Ich weiß wir haben hier noch irgendwo ne Insel wo noch lauter Stickys liegen Pipapo Aber ganz ehrlich die können wir jetzt auch auf einer anderen Insel Einfach nur deswegen Weil wir da hoffentlich noch ein paar Wracks finden Verstehste? Wenn wir immer nur zu den gleichen Inseln fahren Haben wir ja schon alles abgesucht Da braucht man ja auch nicht mehr hinschwimmen Also würd ich sagen Das sollte man vielleicht ab der nächsten Folge berücksichtigen Waaah Intervall wii Intervall wii Intervall wii Intervall Intervall wii Intervall w Konzentration Uaaah Boah ist das hakelig grade Okay Gefahr erkannt Gefahr gebannt Geht die Sonne auf? Ich glaube die Sonne geht auf Uaaah nein Da ist unsere Hütte. Siehste, das haben wir jetzt diesmal endlich direkt gefunden und man erkennt es sofort daran, wenn die Laternen leuchten nachts. Das ist echt geil. Uah. Und ich will ehrlich... Nein, 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 nein. Oh, leck mich im Arsch. Arschloch, hi! Oh. Schnell weg. Da kommt bestimmt. Jedenfalls, ich will ehrlich gesagt so eine Lichterkette. Am liebsten hätte ich lauter Lampen, die ich einmal um die Insel rumführe. Aber dazu müssen wir eben in neue Wracks tauchen. Sonst finden wir weder Lampen, noch finden wir einen Motor. Noch finden wir... Naja, Verbandszeug wäre mal ein bisschen schön. Können wir zwar selber machen, aber... Ja, wenn man es halt direkt schon findet, wäre es halt schöner. Wozu die Mühe, etwas zu craften, weißt du? So. Hoppala. Ich lege ganz kurz die Dinger hier ab, denn davon haben wir jetzt wieder... Oder dann reicht es ja erstmal wieder. Haben wir da schön gestapelt. Dann hier. So, und hier. Geht, oder? Kann man, kann man anbieten. Framerate sagt zwar gerade, naja, überlege ich mir nochmal, aber geht. Okay. Ach ja, oh, oh, und drei Stickies. Oh ja, jetzt sind wir ganz groß im Geschäft dabei. So. Ah, die legen sich hin, aber egal. Super Physik-Engine. Yeah, go, go. Und Lampen für drinnen wären auch noch schön, wobei ich finde, die machen leider ein sehr kaltes Licht. Für drinnen hätte ich doch gern so einen Deckenfluter und eine, eine warme Beleuchtung. Jetzt geht die Tür wieder auf. Unfassbar. Ja. Und die auch. Ich lass die einfach mal auf. Ja, jedenfalls, ähm, ich hätte gern für drinnen noch Licht, aber da hätte ich tatsächlich gern auch... Oder dass man's an die Decke hängen kann, wär auch geil. Dass, wenn man so Lampen hat, die haben ja oben so einen Bügel, dass man die hier einhaken kann. Das wär doch super. Wär doch super. Super wär das. Das wär... Töfte. Schmafte, Töfte, Knöfte. Okay. Alter, wieso haben wir denn so viel Hunger die ganze Zeit? Liegt das an der Mod? Muss ich mal gucken. Ich... Die Liste ist so lang, was die alles macht, dass ich hier gar nicht... Äh, okay. Wir haben 60% mehr Hunger und 100% mehr Durst. Das erklärt einiges. Okay, die Mod installier ich wieder. Scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab da... Oh, ganz ehrlich. Ich bin da geimpft von. Ich erinnere mich nämlich noch, wann das war. Und zwar, als wir diesen... Diese Armpickel hatten. Weißt du noch? Diese widerlichen, widerlichen Armpickel. So. Ich find's auch... Also... Naja, ich weiß nicht. Natürlich, wenn man viel rumrudert, versteh ich schon, dass man viele Kalorien verbraucht. Ah. Dass man viele Kalorien verbraucht und so, aber... Dass man... Oh, jetzt ist die Achse auseinandergefallen. Dass man dann so viel fressen muss. Das ist mir dann auch irgendwie ein Rätsel. Bei Kokosnutze gehen ja noch, aber so der ganze andere Rotz... Boah. Okay. Den nehmen wir mal. Den nehmen wir mal. So. Hingeschmissen. 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 Draufgeschissen. So. Crude Eggs. Crude Eggs. Das Deodorant für Männer, die wissen, wie man stinkt. Eggs Stranded. Riecht nach Schweiß und Affen. So. Für Männer, die so tun wollen, als würden sie hart arbeiten. So. Wie sieht's aus? Oh. Okay. Das ist nervig mit dem Essen. Das war vorher sehr viel entspannter. Ich weiß, Überleben ist kein entspanntes Business, aber trotzdem. Naja. Gut. Dann springen wir mal rein. Ich will irgendeine Insel finden, die wir noch nicht abgeklappert haben. Die da hinten zum Beispiel. Diese da. Dort will ich hin. Dort will ich dem Sein frönen. Was? Ich hab keine Ahnung. Wer ist denn dieser Sein? Der hier von Ori. Sein. Dieses kleine Kügelchen. So. Ich hock mich wieder rein und dann schwimmen wir mal rüber. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. In meiner Badewanne bin ich meine Badewanne bin ich meine Badewanne bin ich Kapitän. Yeah! Badewanne, Badewanne, Badewanne Kapitän. Badewanne, Badewanne und ein jeder kann es sehen. Dö, 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 dö. Ja. Neuinterpretation. Darf man ja auch mal machen. Einfach mal den Kopf ausmachen und seine fünf Minuten haben, finde ich, manchmal tatsächlich ganz schön. Sollte man und ich finde, das sollte auch niemand verlernen, ist natürlich schwierig, wenn man später Eltern wird, glaube ich. Also für Eltern ist das wahrscheinlich schwierig, fünf Minuten zu haben. Weil die Kinder dann auch denken, What the fuck! Oder FML, Alter. Meine alten drehen schon da völlig durch, ey. FML, Alter. FML, ey. Fuck my life. Das sind die furchtbarsten. Die furchtbarsten, sag ich mal. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, in Afrika sterben die Kinder. Wir dürfen keine eigenen Probleme haben. Ist natürlich gemein, das zu sagen, denn die sterben da ja wirklich, aber naja, du weißt ja, was ich meine. Der ewig deutsche Mahnesfinger. Ich habe den Finger auch erhoben, während ich diese Worte sage und wackele damit immer so hin und her. Du, du, du. Ich finde mein Smartphone nicht, ey. FML, Alter. FML. Muss das leider übers Pad twittern. FML, Alter. Huch. So. Jedenfalls, wir düsen hier mal rüber. Und genießen einmal mal die Abendbrise. Weißt du, ich würde aber tatsächlich, das fehlt mir hier noch so ein bisschen. Ich würde wirklich gerne die frische Meeresluft hier einatmen, während ich spiele. Das wäre toll. Aber das geht natürlich nicht. Ich glaube, also die kann man glaube ich gar nicht simulieren. Da kannst du nicht mal irgendwie so... Ja gut, du kannst natürlich irgendwann so ein Geruchs-Add-On für den PC machen über USB. Kommt wahrscheinlich auch noch. Ähm, gab es ja auch schon mal Scherzhaft bei Larry, glaube ich. Ähm, aber das Problem ist... Was ist denn das für eine Insel? Ist das... Gibt es denn irgendeine Insel, auf der wir noch nicht waren? Och man, ey. Okay, hey, Palmfronts. Ich... Freu mich. Hey, aber Stickys. Stickys gibt es hier auch. Ach, das ist wieder die Insel. Das ist die Insel. Hier waren wir vor... Alles gelogen hier. Na gut, dann sind wir jetzt wieder hier gelandet. Rocks gibt es hier auch. Schlump, 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 schlump. Wie viel haben wir jetzt? Ach, naja, ein paar haben wir da. Dann nehmen wir die Fronts auch mal mit eben. Dann haben wir die auch. Ja gut, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Also das wird man überleben. Und ganz ehrlich, Fronts haben wir dann genug. Ich würde nur wirklich gerne irgendwie Vorratsräume haben. Das Problem... Die Ironie dabei ist, um die Sachen ordentlich einzusortieren. Die Sachen, die man fürs Crafting hier so sammelt. Muss man sich erstmal ein Haus bauen. Mit entsprechenden Zimmern, wo man die Sachen einsammeln kann. Oder reinsortieren kann. Das wäre schön, dass nicht alle draußen rumfliegen. Oh, ich glaube, ich habe mal so ein paar Sachen schon vorgeschnitten. Wenn ich das so sehe. Ja, hervorragend. Front, Front. Okay. So, die haben sie da liegen. Dafür nämlich vier Fronts mit oder haben wir hier noch weitere Sticky Stickmans? Ich weiß, wir Ein schöner Rochenhut. Das sieht wirklich aus, als würde ich schwimmen, ne? So wie da, guck mal, der schwimmt hier auch durch die Gegend. Dann kann ich das ja auch. So, welche von denen ist die richtige? Ist es die da, die da im Eingang steht? Oder ist es die da, die mir den Kopf verdreht? Diese Rochen machen einem manchmal ein bisschen Angst. So, General, nee. Wie, ach, fahr, ach guck mal hier. Dann mach ich jetzt mal auf Zielsius. Hat Information I-Names. Ja, möchte ich gerne apply'n. Hier, äh, Vertical Sync Einframe. Aha. Very Far. Ultra, Ultra. Shader, coming soon, coming soon. Ja, hier ist alles toll. Super, gefällt mir sehr gut. Ja, hier Master Volume, Background Volume, alles toll. Können wir denn hier auch wieder rauskommen aus dem... Ich hab das Gefühl, können da... Sind die Settings für immer offen. Für immer. Ehrlich gesagt... Ich hätte vielleicht... Was? Was ist... Ist das eine Ente? Michelangelo's Celunia. Ich glaube, das ist eine Schildkröte. Das ist die Scheibenwelt. Oh, Terry Pratchett. Oh, Mann. Sieht voll geil aus. Hat irgendwas bewegendes. Ich weiß nicht warum. Und was Majesthetisches gleichermaßen. Ach, Mann. Der Pratchett. Ach, Mann. So. Hilft ja nix. Hilft ja nix. Wir düsen mal... ...hoffentlich zurück. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Und überholen mal die... ...Colo... ...Colonius? Ne, keine Ahnung. Christophorus... ...Dingens. Wir überholen die mal. So. Haben wir jetzt wieder ein paar Sachen gesammelt. Fürs Bauen. Fürs Bauen! Und dann... Gucken wir mal weiter. Ich will endlich wieder auf Inseln, die wir noch nicht abgeklappert haben. Das ist echt so lausig. Das Problem ist nur, ich kann mich ja auch nicht allzu weit entfernen. Es sei denn, ich fange natürlich wieder an... ...so Spuren zu legen mit den Ästen. Das würde natürlich gehen. Dann könnte ich ein paar Inseln überspringen. Aber das Problem ist einfach, dass die Äste mit der Zeit... Man hat's ja schon gesehen. Die verruckeln dann immer und zeigen gar nicht mehr richtig auf die Insel. Sondern immer so grob in die Richtung. Und das kann hier zum Beispiel... Hier haben wir schon drei Inseln. Wenn hier nur irgendwas um so... Ich weiß nicht, ein paar Pixel verrutscht. Dann zeigt der Ass... ... auch schon direkt auf eine andere Insel. So, das ist die alte Heulboje wieder. Ich hoffe, das ist die richtige Insel. Wir werden es erfahren. Schade, dass man das Leuchten nicht von hier aus schon sieht. Das wäre natürlich toll. Ich hätte gern... Oder wie bei Minecraft so ein Beam. Weißt du? Der so in den Himmel ragt. Hab ich glaube ich schon mal... Hab ich das schon mal vorgeschlagen? Ich weiß es gar nicht. Huch! So ein... So ein Flutlicht quasi, was in den Himmel ragt. Das wäre ja nicht so unrealistisch, wenn man auf dem Schiff irgendwo einen Baustrahler findet. Unrealistisch wäre es nur, wenn man Strom findet dazu. Also ein Generator würde natürlich gehen, aber der hält natürlich auch nicht ewig. Ist sie es oder ist sie es nicht? Ich sehe keine Palmen. Ich sehe gar keine Palmen mehr in letzter Zeit. Weil wir alle schon weggeknabbert haben. Auf allen Inseln haben wir die alle schon weggeknuspert. Und jetzt gibt es gar keine mehr. Verdammt. Es ist unsere Insel. Hervorragend. Ganz hervorragend. Lieber Herr Steuermann. Und damit bist du gemeint. Vielen Dank dafür. So, ich schwimm nochmal schnell hier rüber. Das ist mein Wanderstock. Ich habe ein Paddel als Wanderstock. Ich bin extra ordinär eben. Ich brauche immer meine extra Wurst. Damit ich mich unterscheide. Ich will ein Individuum sein. So. Deswegen schwimme ich immer da, wo ich lange gehe. Schwimme ich mit meinem Wanderstock. Entlang. Und dann. Oh, eine Strömungsschnelle. Strömungsschnelle. Was? So. Dann packe ich mal hier. Äh. Oh Gott. Das wird dann doch ein bisschen viel. So. Okay. Also Palmenfronts haben wir jetzt wirklich genug. Oder? Ich weiß. Du bist ein großer Freund von Palmenfronts. Es gibt für dich nichts schöneres. Nichts erquicklieriges Leben. Als einen ordentlichen Palmenfront. So. Stickies. Haben wir jetzt auch ein paar. Ich könnte jetzt drei mitnehmen. Und dann. Ach. Na ja. Egal. So. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch nicht fertig. Hä? Warum ist das so hell? Ich bin immer noch nicht fertig. Denn wir wollen immer noch. Äh. Aber was sagt denn die Uhr? Oh. Ist das ätzend. Jetzt Hangertime. Äh. Lagerfeuer. Wie viel. Wie viel waren Lagerfeuer nochmal? Dann können wir vielleicht mal irgendwie Essen machen. Oder so. Das waren fünf Sticks. Wenn ich mich entsinne. Wie da wir ein paar Sticks da haben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Können wir ja eigentlich auch hier mal ein Lagerfeuer machen. Das würde ich tatsächlich gerne hier vorne machen. Oder hier so. Ich hab überlegt hier das in der Beuge zu machen. Aber ganz ehrlich. Das mach ich dann lieber hier am Strand. Und. 1, 2, 3, 4, 5. Campfire. Hier so ins Wasser. So. Ruhig ein bisschen hier so. Er muss ja nicht direkt im Wasser sein. Aber auch schon so ein bisschen am Wasser. So. Und dann Campfire. Ähm. Dazu brauchen wir dann noch. Sechs Steine. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube. Waren's sechs? Waren's fünf? Waren's vier? Fire Pit. Es waren sechs. Ähm. Und dann haben wir noch diesen Spit. Da brauchen wir nochmal. 1, 2, 3 Sticks. Und ein Lashing. Das da hinten irgendwo rumhängt. Wo man es natürlich auch mal ganz gerne. So. Dann haben wir hier nochmal eine Feuerstelle gemacht. Das können wir auch nochmal schnell machen. 1, 2, 3. Und. Wupp. Fire Spit. So. Da haben wir unser Campfire. Und davor würde ich gerne tatsächlich noch ein Bett setzen. Ähm. Dafür brauchen wir sechs Sticks. Haben wir die noch übrig? Ja, ne? Doch. Die haben wir noch übrig. Dann holen wir uns nochmal ganz kurz vier Lashings. 1, 2, 3. Da brauchen wir neue. Das baue ich da auch nochmal ganz kurz hin. So. Ein Bett. Bäh. Was ist das denn? Sleep. Dieb. Aha. Ich glaube es hackt Junge. Hm. Ja. Jetzt. So. Habe ich professionell hingestellt. Ich würde es aber natürlich noch gerne anders haben. Ich finde es natürlich schön, dass man das jetzt aufnehmen und auch ändern kann. Ich mag das immer, wenn das aussieht wie so eine Bank, ne? Dass man dann so hier so quasi vorm Lagerfeuer sitzt. Am besten noch mit einer Gitarre. So. 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 Gott sei Dank. Ich dachte, man verschiebt das sonst immer. Dann können wir uns jetzt hier so quasi aufs Bett setzen, in die Flammen starren und den Blues singen. Den Bruce. Den Bruce singen. So. Und jetzt habe ich das, äh, da ich das Dingens hier gebaut habe, können wir hier hoffentlich auch Fisch machen und was weiß ich. Doof ist halt nur, dass man immer nur einbrutzeln kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht können wir ja, hm. Ich probiere mal grad was. Da wir ja Steine haben. Und ich meine jetzt auch diese hier. Lass mich das mal eben probieren. So. Geht das, dass man, dass man die Steine vielleicht als, als sozusagen als Rückendeckung nimmt? So. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich immer noch einen Stein in der Hand halte. Ähm. Na komm. Hallo. So. Scheiße. Die werden sowieso beim nächsten Laden, beim nächsten Mal laden, liegen die alle anders da. So. Na, das hat ja ganz toll gepasst. Erst was, dann zieh ich dich da hin. Und dich zieh ich dann da hin. Das blöde ist nur, man sieht überhaupt nicht, wenn man... Ah, das ist glaube ich eine blöde Idee. Man sieht sowieso nicht, wenn was gar ist. Also. Scheißegal. So. Naja. Ich setz mich hin und sing den Blues. Du, 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 du. Ach, ich darf gar nicht singen, weil jetzt im Endscreen ja sowieso Musik düdelt, dann überlappt sich das ja natürlich ein bisschen. Aber, naja. Ist ja auch egal. So. In dieser Folge haben wir ganz viele Palmfronts gesammelt. Ich freue mich voll. Freunde und Fans der Palmfronts. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, Mann, ich spiele Strandend Deep nur wegen einer Palmfronts. Das ist mir das liebste auf der Welt. Auch privat sammle ich jetzt Palmblätter. Ich hab da jetzt ein Faible für entwickelt und auch einen geheimen Fetisch, den ich aber nur im Internet teilen kann. In geheimen Foren, die nur mit Passwort zugänglich sind. Äh, ich reibe mich gerne an Palmblättern. Und deswegen, ähm, hab ich diese Folge nur für diese Menschen gemacht. Hab mir extra viele Palmfronts gesammelt, haben die extra nebeneinander gestapelt. Damit sie uns richtig reinwerfen und darin wälzen können. Und das ist einfach so ne Stimulation, so ne ganz besondere Erfahrung einfach. Das, äh, boah, das ist voll geil. Und, äh, blöd ist nur, weil man allergisch ist. Aber egal. Komm, ich, ich labe ja Quatsch. In der nächsten Folge, ich hoffe wir können ein bisschen bauen. Ich weiß es nicht, aber wir werden auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir Stickys mitnehmen und hoffentlich erstmal ein paar Inseln wieder erforschen, die etwas ferner weg liegen. Weil so langsam gehen wir diese ewig gleichen Inseln doch ein bisschen auf die Nüsse, muss ich sagen. Und die Nüsse brauchen wir leider noch, weil wir ja so viel extrem Hunger haben wegen der Mod. Das ist echt blöd. Naja, egal. Wir werden überleben. In der nächsten Folge rudern wir erstmal ein bisschen rum und suchen neue Inseln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ciao. Mit, äh, sieben.